Wie gut kannten Sie denn den verstorbenen Herrn Leitmeier? Naja, wir haben ein Bier zusammen getrunken, aber viel Kontakt hatten wir nicht. Naja, bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nichts. Die Spätfilme sind erst nach Mittag noch zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht zu verpflichten, oder? Was? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in Erd gehabt. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Madrid-Di-Ki-No-O-Kyäk-Sama-Wa. Das haben Sie ja, genau. Ja. Und das haben Sie auch noch nie. Da möchte ich noch nie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020